Hallo zusammen, die Idee hinter Pendel Finance besteht darin, dass man beim Yield Farming seine EPY irgendwann einfach einfrieren kann, zum Beispiel auf dem Höchststand und dann, wenn die EPY wieder runter geht, dann gilt das für alle anderen, nur für einen selber nicht. Und auf der anderen Seite kann man bei einer sehr niedrigen EPY von sagen wir mal einem Prozent die gesamte Jahresrendite von einem ganzen Jahr in nur acht Tagen einfahren, wenn die EPY in dieser Zeit nur um einen einzigen mickrigen Prozentpunkt steigt. Und was wäre, wenn man dann auch Rendite auf Rendite auf Rendite stapeln könnte, indem man bei Pendel Kapital zur Verfügung stellt? Und das sind die drei großen Anwendungen von Pendel Finance. Bei Pendel kann man sich eine garantierte EPY holen oder man kann seinen Yield boosten oder man kann als Liquiditätsprovider Rendite auf drei verschiedenen Ebenen gleichzeitig verdienen. Und das sind auch die drei Kapitel dieses Tutorials plus dieses Video hier, wo es um die Grundlagen von Pendel geht. Und wenn du dich schon immer gefragt hast, wie dieses Pendel Finance eigentlich funktioniert oder auch wenn du schon ein bisschen mit Pendel experimentiert hast, aber die ganzen Zusammenhänge noch nicht so ganz klar sind, dann habe ich dieses erste Video hier genau für dich gemacht. Pendel beschäftigt sich also mit dem Yield, also der Rendite von wirklich allen möglichen Kryptoprodukten, wie zum Beispiel dem Staking von Ether oder Einlagen in LPs oder auch Lending-Protokollen wie Aave. Also quasi alles, was im Kryptobereich Rendite macht, ist irgendwie auch kompatibel mit Pendel. Mit Pendel profitiert man dabei nicht von Kursschwankungen von zum Beispiel dem Ether, sondern von Schwankungen der Staking-Rendite und man kann dabei profitieren, wenn die Staking-APY rauf geht, aber auch wenn die APY runter geht. Und das klingt erstmal mega abstrakt und unfassbar kompliziert, aber die Wahrheit ist, dass die Schwankungen der APY wirklich viel einfacher vorherzusagen sind als die Schwankungen des Kurses. Und wenn man sich erstmal die Denke dahinter richtig draufgezogen hat, dann merkt man, dass das wirklich viel, viel einfacher ist. Vor allem ist es so, dass jeder Einzelne, der sich länger mit Yield-Farming beschäftigt, mit der Zeit ohnehin ein ziemlich sicheres Gefühl entwickelt dafür, wie sich Staking-Rendite auf zum Beispiel Stablecoins verändert in den unterschiedlichen Marktphasen. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel GMX und das ist ein Exchange, bei dem man mit Hebel traden kann. Normalerweise ist es so, dass bei bestimmten Ereignissen viel spekuliert wird, zum Beispiel wenn die Notenbanken Sitzungen sind oder jetzt vor kurzem als der Bitcoin-Spot-ETF genehmigt wurden. Und das lässt sich alles super easy vorhersagen, die meisten Sachen stehen ja ganz normal im Kalender drin, muss man eigentlich nur mal reinschauen. Und normalerweise verzocken sich die Trader dann mit ihren Hebelpositionen und GMX macht dann richtig fette Rendite. Ist auch egal, ob die Kurse jetzt steigen oder fallen. In den allermeisten Fällen positionieren sich die Trader einfach auf der falschen Seite oder haben einen viel zu großen Hebel und machen dann Minus. Und wenn das passiert, dann geht die APY hier in diesem Pool richtig hoch von unter 5% auf manchmal 30% oder noch mehr. Und jetzt kann man bei Pendel einfach darauf warten, dass das wieder passiert und dann darauf setzen, dass die APY hochgeht. Man kann sich also quasi die APY auf dem Tiefstand kaufen und dann auf dem Höchststand verkaufen und man macht dann ein 4x oder noch mehr. Und dann, wenn die APY oben ist auf 30, dann friert man die APY da oben einfach ein und bekommt dann diese APY von 30% garantiert für zum Beispiel drei Monate. Und wie gesagt, es ist wirklich in ganz, ganz vielen Fällen super einfach, die APY vorherzusagen. Bei mir selber hat es aber leider fast ein Jahr gedauert, bis ich Pendel wirklich kapiert habe. Und das war mir damals einfach alles viel zu kompliziert und um die Ecke gedacht. Und die ganzen Zahlen bei Pendel hier zum Beispiel haben mich auch total verwirrt. Also hier gibt es zwei APYs und dann gibt es hier nochmal zwei Prozentzahlen. Und was heißt das eigentlich alles? Und vor allem, wie kann ich das dann anwenden, wenn ich das erstmal kapiert habe? Und in diesem Tutorial will ich Pendel mal so erklären, wie ich es dann auf einmal verstanden habe und wo es bei mir dann Klick gemacht hat. Und seitdem ist es tatsächlich so, dass ich immer wieder und wieder, wenn ich eine Idee habe für eine Investition, dass ich dann bei Pendel eine Lösung dafür finde und tatsächlich auch nirgendwo sonst. Und Pendel ist tatsächlich eine der stärksten Waffen in meinem Arsenal geworden. Und es fühlt sich wirklich so an, als hätte man einen unfairen Vorteil gegenüber dem Rest der Welt. Okay, also bei mir hat es Klick gemacht, als ich mich ausgerechnet mal mit Staatsanleihen beschäftigt habe. Und das war anlässlich meines Videos über MakerDAO und SDAI im Sommer. Und da habe ich irgendwie gelesen, wie sie das so früher gemacht haben mit Staatsanleihen in einer Zeit, als es noch keine Computer gab und auch kein Internet gab. Und ich rede jetzt also von, sagen wir mal, vor über 100 Jahren, also lange, lange vor Computern und vor unserem modernen Geldsystem. Und damals hat man sich zum Beispiel eine Staatsanleihe für, sagen wir mal, 1000 Dollar gekauft. Also man ist dann wirklich zur Bank gegangen, hat 1000 Dollar auf den Tisch gelegt und hat dann ein solches Papier hier bekommen. Und darauf steht dann, dass man dem Staat 1000 Dollar geliehen hat und dass man die zum Beispiel 5 Jahre später zurückfordern kann, indem man mit dem Papier zur Bank geht und sich dann, zumindest so Gott will, 1000 Dollar abholen kann. Aber wie funktionierte das damals denn mit den Zinsen? Also woher wusste man jetzt ohne Computer, wie viele Zinsen wer noch bekommt und wer schon Zinsen bekommen hat, wo man das schon ausgezahlt hat und wo noch nicht? Und das hat man damals unfassbar einfach und super effizient gelöst, weil dafür gab es kein zentrales Register oder so. Das war einfach viel zu kompliziert für die Zeit. Man hätte die Informationen ja dann quasi zentral irgendwo zusammentragen müssen. Und stattdessen hat man einfach auf dieses Papier auf die Rückseite oder auch vorne darauf diese kleinen Abschnitte gedruckt. Und das sind Gutscheine für Zinsen, die man dann zum jeweiligen Datum, meistens also das Jahresende, einlösen konnte. Und damit ist man dann zur Bank gegangen. Die haben den Abschnitt entwertet und man hat dann hier zum Beispiel 5% Zinsen bekommen für das ganze Jahr und das sind dann eben 50 Dollar. Und weil die Laufzeit 5 Jahre ist, kann man das einfach 5 Mal machen und kommt dann am Ende auf 250 Dollar Zinsen. Und dann hat man den großen Schein eingelöst und seine 1000 Dollar zurückbekommen. Und diese Papiere kann man sich wirklich heute ganz einfach auf Ebay kaufen. Die kosten so um die 20 Euro und die sind wirklich über 100 Jahre alt und natürlich heute tatsächlich auch absolut nichts mehr wert. Und das hier ist so eine Staatsanleihe zum Beispiel aus Russland von 1906. Also damals, als es in Russland noch einen Zaren gab und dieses Papier hier ist tatsächlich in Russisch, in Deutsch, in Englisch und Französisch, also internationales Publikum. Und dieses Blatt hier repräsentiert quasi die Einlage in die Staatsanleihe. Und auf diesem anderen Blatt hier, da sieht man schön die Gutscheine für die Zinsen. Und da hat tatsächlich schon jemand Gutscheine abgerissen und eingelöst. Und ich schätze mal, dass diese restlichen Coupons, die restlichen Gutscheine hier heute, dass es die heute noch gibt, weil das Zarenreich nur wenige Jahre später dann zu Ende ging durch die Revolution in Russland im Ersten Weltkrieg und die ganze Staatsanleihe damit komplett wertlos war. Und schon damals ist man auf die Idee gekommen, dass man quasi beide Papiere, also die Zinsen und die Einlage, auch voneinander getrennt handeln kann. Und genau das ist die Idee von Pendel Finance. Also wenn immer jetzt davon gesprochen wird, wie innovativ die Idee ist, die ist in Wirklichkeit schon uralt. Und es ist tatsächlich so, dass diese beiden Instrumente eine ganz eigene Dynamik haben, die man sehr gut für sich nutzen kann, wenn man diese Dynamik versteht. Und das ist tatsächlich nicht schwer zu verstehen. Also mal ganz kurz, wie heißen die einzelnen Teile? Der Teil mit den Gutscheinen, der heißt Coupon und der repräsentiert die Zinsen auf ein Finanzinstrument. Und das Wort kommt tatsächlich aus dem Französischen von Coupé. Abschneiden ist also ganz einfach irgendwas, was man abschneiden kann. Und in diesem Fall hier ist das eben eine Staatsanleihe. Und jetzt kann man natürlich das auch leicht übertragen auf andere Instrumente, die Rendite bringen, wie zum Beispiel gestakte Ether. Und dazu kommen wir dann aber gleich noch. Der untere Teil, also der Teil, der die Einlage repräsentiert, der heißt Principle. Und da gibt es noch ein paar andere Begriffe für, vor allem Talon oder Mantel. Und die sind jetzt aber nicht wichtig, weil bei Pendel heißt das eben Principle. Und deshalb verwende ich das jetzt hier auch in diesem Video. Und der Betrag, auf den die Einlage lautet, also die 1000 Dollar, die man einlegt, ja dieser Betrag, der heißt Face Value, weil die Coupons meistens auf die Rückseite gedruckt waren und vorne eben die Einlage mit der Fälligkeit stand. Und bei Pendel heißt das dann aber auch oft Notional und der Begriff, der kommt aber auch bei Pendel fast nie vor. Das braucht man also eigentlich gar nicht zu wissen. Ich habe es jetzt nur mal erwähnt. Aber wichtig ist, dass es auch eine Fälligkeit gibt, die sogenannte Maturity. Und die ist immer ein festes Datum. Also die Laufzeit wird immer kleiner, weil die Fälligkeit ja feststeht. Irgendwann ist die Anleihe dann abgelaufen oder auch fällig, weil das Datum dann eben vorbei ist. Und es gibt tatsächlich dann auch noch so total verrückte Varianten davon, wie zum Beispiel Ewigkeitsanleihen, wo der Staat das Darlehen niemals zurückzahlen muss. Also keine Ahnung, wer jetzt sowas kauft. Und ich denke, das ist dann auch eher so zum Tricksen mit dem Staatshaushalt oder so. Oder auch Zero-Coupon-Bonds, also Anleihen, die keine Zinsen bringen. Aber egal. Im DeFi-Bereich gibt es das zum Glück noch nicht. Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich noch nicht, weil es gibt ja ehrlich gesagt nichts, was es nicht gibt. Jedenfalls beides, also Coupon und Principle, führen ein Eigenleben. Und damit meine ich vor allem, was den Wert angeht. Schauen wir uns jetzt erstmal die Wertentwicklung des Coupons an im Laufe der Zeit. Am Anfang ist der Coupon natürlich 250 US-Dollar wert, weil ich ja fünfmal 50 Dollar einlösen kann. Und je mehr von den Zinsen dann eingelöst werden, desto kleiner wird der Restwert im Laufe der Zeit. Und das heißt dann, dass der Wert des Coupons am Ende der Laufzeit natürlich null ist, weil ja keine weiteren Zinszahlungen mehr kommen. Der Coupon ist also wertlos, wenn die Laufzeit zu Ende ist oder anders gesagt, der Coupon verliert mit der Zeit an Wert. Und klar gehe ich davon aus, dass die Zinsen jetzt immer direkt abgeholt werden, wenn sie fällig sind, weil das passiert ja heutzutage im DeFi-Bereich automatisch. Und es gibt heute keinen Coupon, der quasi so im Wert im Schrank rumliegt und vergammelt. Und jetzt ist aber die Frage, was ist denn das Principal-Wert im Laufe der Zeit? Und da steht ja jetzt schon mal 1000 Dollar drauf, aber ist das wirklich 1000 Dollar wert, dieses Papier? Und da muss man sagen, ja, das stimmt, das ist 1000 Dollar wert, aber erst bei Fälligkeit, also am Ende der Laufzeit, weil vorher kann ich das ja gar nicht einlösen. Und wie sieht das dann zum Beispiel vorher aus? Sagen wir mal am Anfang direkt beim Kauf und ist das dann null, weil ich es noch nicht einlösen kann? Und wenn das so wäre, dann könnte ich mir so ein Principal kaufen für zum Beispiel 10 Dollar und später dann für 1000 Dollar einlösen. Und da würde mir dann also keiner wirklich so ein Ding für 10 Dollar verkaufen. Also muss der Preis irgendwo liegen zwischen 0 und 1000, aber wo jetzt dazwischen? Und die Antwort ist, dass ich ja das ganze Papier für 1000 Dollar gekauft habe. Also ist beim Kauf das ganze Papier auch 1000 Dollar wert. Und wenn ich jetzt weiß, dass alles zusammen 1000 Dollar wert ist und wenn ich gleichzeitig weiß, dass der Coupon 250 Dollar wert ist, dann ist das Principal immer die Differenz wert. Am Anfang also 750 Dollar. Und das mag einem erstmal irgendwie ein bisschen komisch vorkommen, weil ja 1000 drauf steht und irgendwie finde ich das selber auch nicht direkt intuitiv. Aber das ist tatsächlich die Wahrheit und das leitet sich aus der Tatsache ab, dass wenn ich so ein Papier von jemandem für mehr als 750 US-Dollar angeboten bekomme, dann kaufe ich mir doch lieber ein neues Papier mit dem Coupon zusammen für 1000 Dollar, verkaufe den Coupon für 250 Dollar und habe dann nur 750 bezahlt insgesamt. Und man wird also niemanden finden, der mehr als 750 Dollar für das Principal bezahlt, weil man es einfach woanders billiger bekommt. Und jetzt schauen wir uns mal die Wertentwicklung des Principles über die Laufzeit an. Wenn also der Wert des Principles vom Coupon abhängt, dann müsste der Wert des Principles im Laufe der Zeit steigen. Und das ist auch der Fall, weil ich sonst immer stattdessen das Gesamtpapier kaufen kann und dann den Coupon verkaufen. Und so ist der Preis immer die 1000 Dollar minus dem Restwert des Coupons. Und das heißt, der Wert des Principles geht zum Ende der Laufzeit auf die 1000 Dollar. Logisch, weil das ist ja auch der Sinn des Principles, dass ich es quasi einlösen kann am Ende gegen meine ursprüngliche Einlage. Und das heißt, das Principle steigt im Laufe der Zeit bis zur Fälligkeit und der Coupon, bei dem ist es genau andersherum, der fällt bis zum Ende der Laufzeit auf Null. Und wenn ich beides mir mal zusammen anschaue, dann bleibt der Gesamtwert immer 1000 Dollar. Am Anfang ist der Coupon noch wertvoll und das Principle nicht so sehr. Und dann verschiebt sich der Wert immer mehr vom Coupon in Richtung Principle. Die Summe ist aber dabei immer gleich. Und das ist eigentlich ehrlich gesagt auch schon fast alles, was man über Pendel wissen muss. Das ist das ganze Prinzip dahinter. Und es ist wirklich so einfach. Und wie sich dieses Prinzip bei Pendel wiederfindet, das schauen wir uns gleich dann nochmal an. Aber erstmal gibt es vielleicht noch eine Frage dazu. Und zwar, wenn die Summe immer gleich ist, wo ist denn dann eigentlich die Wertsteigerung in dem Ganzen? Also ich kaufe das Papier ja nur, wenn ich auch Plus mache. Und das hier sieht ja eher aus wie so ein Nullsummen-Spiel. Und da kommt die Auszahlung ins Spiel. Weil in dieser Betrachtung kommt noch nicht vor, dass ich ja die Coupons auch einlöse und dafür Geld bekomme. Und durch den Wertverlust des Coupons bekomme ich ja auch Geld auf meinen, naja, ich hätte jetzt fast gesagt Bullet. Aber bleiben wir nochmal einen ganz kleinen Moment bei den alten Staatsanleihen von vor über 100 Jahren. Und da bin ich dann jedes Jahr zur Bank gegangen, habe mir das auszahlen lassen in meine Brieftasche. Und dann bin ich in die Kneipe gegangen damit und habe einfach mal einen ausgegeben. Und kennt ihr das vielleicht auch irgendwie aus dem Cryptospace? Was ist das, wenn man bei DeFi den Coupon einlöst? Ja, und das nennen wir die Rewards Claim oder so. Und so kann man jetzt das Ganze übertragen auf Krypto. Und dann heißt der Coupon nämlich Yield und das Einlösen heißt Claimen. Und der Coupon wird bei uns natürlich nicht fällig am Ende des Jahres, sondern wir können unseren Yield jederzeit abholen, also quasi kontinuierlich jederzeit. Und zusätzlich gibt es auch keine Fälligkeit. Und da liegt jetzt so ein bisschen das Problem, weil ohne Fälligkeit funktioniert das ganze Prinzip nicht mehr. Und hier kommt dann eben Pendel ins Spiel, weil die haben aus dem Yield, also dem Coupon und dem Principle, zwei Tokens gemacht, die dann mit einer Fälligkeit versehen. Und so funktioniert das ganze Prinzip wieder. Und wir haben also auf der einen Seite die Yield Tokens. Und ein Yield Token repräsentiert jetzt hier den Yield, den man auf einen DAI zum Beispiel bekommt, wenn man den beispielsweise bei SDAI als SDAI einlegen würde. Und zwar von heute an bis zur Fälligkeit. Jetzt hier in dem Beispiel Ende 2028. Und in Wirklichkeit sind die Laufzeiten bei Pendel aber sehr viel kürzer, nur ein Jahr maximal, eher noch ein halbes Jahr. Und das ist eben, sagen wir mal, eher so ein kryptogerechter Zeitrahmen. Und ich habe hier also direkt 1000 DAI draus gemacht, nicht einen einzelnen DAI. Das ist mir eigentlich ehrlich gesagt zu fummelig zum Rechnen. Also hier in dem Beispiel würde man 1000 DAI bei Pendel einlegen und die würden die DAI dann in SDAI anlegen. Und die APY liegt jetzt aktuell tatsächlich so bei 5%. Und das gibt es wirklich. Hier bei Pendel kann man sich also diesen Pool anschauen. Und wenn man da jetzt 1000 DAI einlegen würde, bekäme man also 1000 Yield Tokens, die ein Recht auf die Zinsen von 5% repräsentieren, ab jetzt. Und gleichzeitig bekäme man auch noch 1000 Principal Tokens. Die Einlage von 1000 DAI, die werden durch diese Tokens repräsentiert. Und damit hat man jetzt die gesamte Einlage eigentlich abgebildet, also die 1000 DAI und den Yield mit einer APY von 5% pro Jahr. Jetzt fließt aber die Fälligkeit auch noch irgendwie ein in die Tokens und das Datum. Das sucht sich Pendel einfach aus. Irgendwas, was im Zusammenhang mit der Einlage sinnvoll ist, meistens ein Quartal oder ein Halbjahr und das Datum ist fix. Und deshalb taucht das im Namen der Tokens auch auf. Und das sieht dann ungefähr so hier aus. Und da ist es vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, dass man bei Yield Tokens auch 1000 Stück bekommt, also nicht 250, was die ja tatsächlich wert sind. Es sind aber wirklich 1000 Stück und die sind dann 250 Dollar wert. Also 1000 Stück bekommt man und der Wert liegt bei 250 Dollar. Es gibt also immer dieselbe Anzahl von YTs und PTs, wenn man die mintet und zusätzlich taucht dann im Namen des Tokens noch die Anlageform irgendwie auf. Also in dem Fall SDAI, weil DAI jetzt bei SDAI eingelegt wurde. So, also das heißt, 1000 von diesen Tokens repräsentieren den Anspruch, jederzeit den bisher aufgelaufenen Yield zu claimen, weil die DAI ja im Hintergrund eingelegt wurden und DAI ja dann auch Rendite generieren. Und die gehört einem selber für den Zeitraum, wo man die Tokens im Wallet hat. Also wenn man die Tokens verkauft, dann gehört einem der Yield bis zum Verkauf und ab dann bekommt jemand anders den Yield. Und wenn man den Token nicht verkauft, dann gilt das natürlich alles bis zum Ende der Laufzeit. Auch wenn man den Token danach noch im Wallet hat, kriegt man danach halt einfach keinen Yield mehr, aber der Token bleibt im Wallet drin und repräsentiert das Recht, den Yield zu claimen. Man kann also sagen, dass das, was man claimt, die Rewards oder der Yield im Laufe der Zeit, steigt und natürlich der Wert des Yield Tokens im Laufe der Zeit gegen Null geht, weil ja die Laufzeit irgendwann zu Ende ist und alles dann schon geclaimt wurde. Bei den Principal Tokens sieht das genau andersherum aus. 1000 Stück davon repräsentieren den Anspruch auf 1000 DAI, aber erst am Ende der Laufzeit. Und wir wissen ja aus dem Beispiel mit den Coupons, dass der Wert der 1000 PT im Laufe der Zeit nach und nach steigt, bis er dann am Ende die Einlage repräsentiert, also die ursprünglichen 1000 DAI. Und das kommt vor allem daher, dass man jederzeit, egal ob am Anfang mittendrin oder am Ende der Laufzeit, dass man immer 1000 YT Tokens zusammen mit 1000 PT Tokens einlösen kann gegen die ursprüngliche Einlage von 1000 DAI. Und das geht aber nur mit Tokens, die untereinander kompatibel sind. Also die Fälligkeit, die muss dieselbe sein, die Einlage muss dieselbe sein und die Anzahl muss gleich hoch sein. Hätte man jetzt nur 900 YT Tokens, dann könnte man sich auch nur 900 DAI abholen. Auch wenn man 1000 PT Tokens hat, dann bleiben halt einfach 100 PTs übrig. Und jetzt gibt es eine einzelne Ausnahme für die Regel und zwar nach der Fälligkeit. Da braucht man dann keine YT's mehr zum Einlösen, weil deren Wert ja dann auf 0 ist. Dann braucht man die also nicht mehr. Und da reichen dann also die PTs alleine aus. Und daher kann man dann auch die restlichen PTs am Ende der Laufzeit gegen 100 DAI eintauschen. So. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze bei Pendel aussieht. Und danach überlegen wir mal, wie man das Ganze für sich nutzen kann. Und Pendel, das gibt es auf Ethereum, aber vor allem auch auf Arbitrum, was ja schön ist wegen der hohen Gasgebühren. Und dann gibt es noch ein bisschen was auf Optimism und auch auf der Binance Smart Chain. Das sind aber nur relativ wenige Pools. Also hier bei Pendel empfehle ich wirklich erstmal die Ansicht von Earn auf Trade umzustellen. Das sind einfach zwei unterschiedliche Perspektiven auf dasselbe. Und alles, was ich eben erzählt habe, das findet man am besten bei Trade wieder, nicht so sehr bei Earn. Die Earn-Ansicht ist auf gewisse Weise eine vereinfachte Darstellung. Damit ist man aber auf einen einzelnen Anwendungsfall beschränkt. Und da verliert man tatsächlich super, super viele Möglichkeiten. Und hier sieht man schon die ganzen Assets, deren Yield man hier traden kann. Und die sind wirklich teilweise total verschieden. Aber überall hier geht es um Einlagen mit Yield bei irgendwelchen Protokollen. Zum Beispiel hier bei Silo oder bei Frax oder auch bei Spark. Und hier ist dann auch der S-Dye aus dem Beispiel von eben. Und da gibt es sogar zwei Pools und die unterscheiden sich eigentlich nur durch die Fälligkeit. Der eine von beiden hier hat eine Fälligkeit am 26. September mit einer Restlaufzeit von 233 Tagen. Und die APY liegt bei circa 5%. Und das sieht man hier bei den beiden Werten Underlang-APY und Implied-APY. Und was da der Unterschied ist, da kommen wir dann gleich noch drauf. Die Tokens, also die YT und die PT-Tokens kann man jetzt minten, indem man hier entweder auf YT oder PT klickt. Das ist jetzt eigentlich erstmal egal. Und dann hier links, wo Swap steht, da muss man dann auf Mint gehen. Und hier kann man sich jetzt ein Asset aussuchen, wobei hier in dem Fall die Einlage in DAI passiert. Wenn man ein anderes Asset unter Input auswählt, dann Swap Pendle das für einen im Hintergrund in DAI und macht dann die Einlage. Ist also super bequem hier, wenn man nicht gerade DAI zur Hand hat, kann man auch was anderes nehmen. Ich wähle jetzt hier mal DAI aus, um in dem Beispiel zu bleiben und trage da die 1000 DAI ein. Und dann sehe ich hier, dass ich circa 1000 YT und 1000 PT-Tokens bekomme. Und beide haben tatsächlich dieselbe Fälligkeit. Und das ist wichtig, weil die nicht kompatibel sind mit dem anderen Pool, mit der anderen Fälligkeit. Man kann also nicht die beiden Fälligkeiten irgendwie mischen oder verrechnen oder ähnliches. Und wenn die Transaktion dann durch ist, dann kann ich auch mal auf Etherscan nachsehen. Und da sehe ich dann, dass ich tatsächlich zwei Tokens bekommen habe, den YT und den PT. Und die haben auch beide die Fälligkeit im Namen drin. Und jetzt kann ich mir das Ergebnis auch mal im Dashboard ansehen. Und hier sehe ich dann auch tatsächlich meine Einlage und da auch wieder die YT und PT-Tokens. Und hier kann ich auch mal reinklicken und mir die Einzelheiten ansehen. Und da sehe ich auch, dass die 1000 PT-Tokens nur 968 DAI wert sind. Und die YT-Tokens, die haben einen Wert von 31 DAI. Das heißt also, ich habe bei 5% APY eine Rendite von circa 31 DAI zu erwarten, wenn die APY so bleibt. Und weil ich am Anfang der Einlage stehe, sind die PT jetzt die Differenz zu 1000 DAI wert. Also genau wirklich wie bei den Coupons von eben. YT plus PT sind zusammen die Einlage. Und das bleibt auch so bis zum Ende der Laufzeit. Nur, dass die PT immer mehr an Wert gewinnen und die YT immer weniger wert werden. Am Ende sind die YTs dann 0 wert und die PT 1000. Und zusätzlich kann ich hier den Yield claimen. Und weil ich hier bis jetzt nur ein paar Sekunden YT-Tokens im Wallet hatte, gibt es eigentlich gar keinen nennenswerten Yield. Aber immerhin ist hier schon ein bisschen was aufgelaufen. Und auch wenn ich das jetzt claimen würde, dann wären die YT und die PT-Tokens immer noch 1000 DAI wert. Und der Betrag hier, den ich claimen kann, der geht jetzt immer mehr hoch. Gleichzeitig sinkt aber der Wert der YT. Auf der anderen Seite steigt dann eben der Wert der PT. Im Grunde ist das jetzt also eine ganz normale Einlage. Also ich lege was ein, bekomme das am Ende auch wieder raus, bekomme gleichzeitig Rewards, die ich immer wieder claimen kann. Nur, dass das ganze Prinzip hier in seine Einzelteile zerlegt wurde. Und wenn ich später dann aus der Einlage raus will, dann muss ich das Ganze einfach nur umgekehrt machen und hier unter Mint auf Redeem klicken und die YT und die PT-Tokens wieder zurücktauschen. Und das kann ich auch dann nur teilweise machen, wenn ich Lust habe. Also hier zum Beispiel nur 150 von den 1000. Aber ich brauche immer dieselbe Anzahl von YT und PT dafür. Und bisher ist das alles tatsächlich nur eine komplizierte Art und Weise, eine Einlage irgendwo zu machen und so richtig viel Sinn ergibt das eigentlich so, wie ich es jetzt gemacht habe, noch nicht. Spannend wird es jetzt erst, wenn man die beiden Tokens unabhängig voneinander in der Hand hat. Und hier habe ich zum Beispiel die YT-Tokens einmal verkauft und die PT-Tokens, die behalte ich einfach. Dasselbe könnte ich auch mit den PT-Tokens machen, aber ich verkaufe hier jetzt einfach mal alle meine YT-Tokens und dafür bekomme ich jetzt also insgesamt circa 32 DAI. Und jetzt habe ich nur noch die PT-Tokens in meinem Wallet und wieso das cool ist. Dazu kommen wir dann gleich noch. Jetzt erst mal geht es mir darum, dass der gesamte Yield, den ich jetzt schon verdient habe, der also jetzt schon aufgelaufen ist, der gehört jetzt mir. Und das, obwohl die YT-Tokens jetzt jemand anders gehören. Also den Yield, den verkaufe ich nicht mit. Der bisherige Yield für die Zeit, die ich die Tokens in meinem Wallet hatte, den kann ich immer noch claimen, obwohl die YT-Tokens weg sind. Und der gehört wirklich mir. Und ab jetzt bekommt dann jemand anders die neuen Rewards. Und das sieht man hier auch im Dashboard, dass ich jetzt noch immer diesen kleinen Betrag claimen kann, obwohl mir die YTs gar nicht mehr gehören. Nur wird dieser Betrag jetzt auch nicht mehr größer. Der bleibt jetzt immer gleich, weil der zukünftige Yield, den bekommt ja jetzt jemand anders, der jetzt auch meine Tokens gekauft hat. Und dadurch, dass ich also den Yield in einem Token habe, kann ich jetzt Yield also auch traden, weil ich den Yield mit dem Token kaufen und verkaufen kann. Und das ist ein wichtiges Feature. Und das ist der Unterschied zu einer normalen Einlage. Und parallel habe ich ja noch die PTs in meinem Wallet. Und die kann ich zum Ablauf der Laufzeit einlösen gegen die alte Einlage von 1000 DAI. So, und im Prinzip ist das tatsächlich schon alles, was man über Pendel wissen muss. Aber vielleicht noch ein bisschen theoretisch. Und das wahre Potenzial von Pendel, das kommt erst raus, wenn man jetzt anfängt, die beiden Tokens, also den Yield Token und den Principal Token als eigenständige Assets einzusetzen. Also quasi unabhängig voneinander. Und wie man das macht, darum geht es im nächsten Teil, den ich jetzt hier einblende, sobald der dann fertig ist. Und da geht es erstmal darum, wie man mit Yield Tokens seine Rendite extrem beschleunigen kann. Und im darauffolgenden Teil geht es dann um die Principal Tokens. Und im letzten Teil von diesem Tutorial zeige ich dann eine Möglichkeit, wie man mit Pendel völlig ohne die ganze Theorie sein Yield auf bestimmte Einlagen drastisch vergrößern kann, indem man Liquidität zur Verfügung stellt für diejenigen, die hier mit Yield handeln. Und bis dahin erstmal alles Gute. Tschüss. 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 Vielen Dank.